oh man ey ... also ich muss eigentlich sagen ich glaube ich werde da den Torpedo sogar rausnehmen und auch Phaser reintun. Und dann auch noch diese Fähigkeit. Mal nachgucken, was habe ich da gerade drin. Rekrutierung. Nummer eins ist Nummer zwei. Wenn ich da das reintun würde, statt Torpedos, dann wäre das sogar noch effektiver. Vielleicht, wenn ich das gleich zwei mehr hätte, wäre es auch nicht wie wild. Anständig, ne? Ich sag nichts dazu. Hm. Ich bin total entspannt. Oh Mann. Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh Gott, wieder so ein Müll. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mal gucken. Nee. Nee. Nicht schlecht. So. Na na. Ich weg hier. Danke. 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 Die Breenio, die Breenio, der kommt ein bisschen Bekennung vor, diese Begründung, ach Gott. Die Breenio, die Breenio, die Breenio, der kommt ein bisschen Bekennung vor, diese Begründung. Perfekt. 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 Oh, den Minion. Oh, nie, weh. Oh, verdammt, das ist dies, ja. Gott sei Dank, kehre ich den Kot noch. Nö, nö. Immer wieder Müll. Unverständlich. Okay, also hier ist links, rechts, Mitte oder rechts, links, Mitte. Aber ich glaube, es war links, rechts, rechts, links, Mitte. Ich glaube, rechts, links, Mitte war es. Musik. Musik. Okay, dann war es andersrum. 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 Okay. 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 Okay.